In diesem Video geht es um die besten Reiskocher. Der Qualitätssieger in unserem Reiskocher-Test geht an den WMF Küchenminis. Wer Wert auf platzsparende, kompakte Küchenhelfer legt, die eine vielseitige, gesunde Ernährung möglich machen, der sollte nichts anbrennen lassen. Mit dem neuen WMF Küchenminis Reiskocher mit Lunch-to-go-Box können abwechslungsreiche Mahlzeiten zum Lunch- oder Abendessen zubereitet werden. Er gart nicht nur Reis, sondern auch Superfood, wie Linsen, Quinoa, Kichererbsen oder Gemüse, äußerst schonend. Dafür sorgen die besondere Doppel-Antihaft-Beschichtung im Innentopf und der Dampfgaraufsatz für Gemüse aus Chromargan. Die Wärme wird stets gleichmäßig verteilt, die Gar- und Kochzeit lässt sich exakt programmieren. Extrem praktisch für To-go. Mit dem mitgelieferten Klickdeckel wird der Innentopf zur auslaufsicheren Lunchbox ganz ohne lästiges umfüllen. Das Füllvolumen vom Innentopf beträgt ca. 1 Liter. Dank des Doppelschichtbodens ist eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung garantiert. Der Dampfgaraufsatz besteht natürlich aus Chromargan. Der Griff vom Glasdeckel ist wärmeisolierend. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der MIDEA MBFS 5017. Unbegrenzte Vielfalt. Weißer Reis, Reis-Konji, brauner Reis, Vollkornreis, Babybrei, Suppe, Dampf, Eintopf und Aufwärmen. Außerdem kann das Gerät als Schongarer verwendet werden. Das Fassungsvermögen von 5 Litern reicht für die Zubereitung von mehreren Portionen von bis zu 7 Personen. Ideal für Familien. Der MIDEA Reiskocher schaltet sich automatisch aus und wechselt in die Warmhaltefunktion, sobald der Reis gar ist. Mit dem drehbaren Griffdesign kann er zudem leicht transportiert werden. Dank dem Antihaftbeschichteten und herausnehmbaren Innentopf brennt der Reis nicht an. Der MIDEA Reiskocher ist sehr einfach zu reinigen, auch wenn Klebreis im Innentopf gekocht wird. Dank seiner einfachen Bedienung und Reinigung ist der MIDEA Reiskocher das perfekte Einsteigergerät. Die zusätzliche 24-Stunden-Timer-Funktion ermöglicht mehr Flexibilität beim Kochen, inklusive zwei Reislöffeln und Messbecher und zusätzlichem Dampfkorb für das Garen. Der Dampfkorb ist BPA-frei, entspricht der FDA-Norm und ermöglicht ein gesundes Dämpfen von Fleisch und Gemüse sogar bei gleichzeitiger Zubereitung von Reis. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Reiskocher-Test ist der Russell Hobbs Reiskocher. Der Reiskocher macht die besten Beilagen zu ihren hausgemachten Mahlzeiten. Mit bis zu sechs Portionen wird die ganze Familie satt. Dank des zusätzlichen Dampfgareinsatzes kann auch Gemüse, Fleisch oder Fisch besonders schonend zubereitet werden. Verigelbarer Klappdeckel versiegelt das Aroma mit einem Klick. Sobald der Reis gegart ist, wird der Schalter automatisch auf die Warmhalteposition umgestellt. Sie hält ihren Reis warm, bis jeder an seinem Platz sitzt. So muss niemand auf eine warme Mahlzeit verzichten. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.